So, grüß euch, ich bin's, der Markus Fürth, aber so fang halt eigentlich er immer an, der Markus Burkhardt. Stargärtner seines Zeichens, und jetzt glaube ich, habe ich dir richtig angekündigt, oder? Ja, mindestens. Wir werden halt ein bisschen schauen, was in deinem Garten so alles passiert. Gute Idee, super. Aber bei dir bist eigentlich nicht du der Star, sondern eigentlich deine Pflanze. Und ein bisschen die Kotz, aber hauptsächlich die Pflanze, stimmt ja. Mit den vielen Besuchern, mit den Hummeln und mit den Schmetterlingen. Sonst ein bisschen geht nicht mehr. Sunlight, dearest Sunlight, I can find my way out of the womb. Sunlight, I can find my way out of the womb. Sunlight, I can find my way out of the womb. Sunlight, I can find my way out of the womb. Sunlight, I can find my way out of the womb. Sunlight, I can find my way out of the womb. Sunlight, I can find my way out of the womb. Sunlight, I can find my way out of the womb. Sunlight, I can find my way out of the womb. Sunlight, I can find my way out of the womb. Sunlight, I can find my way out of the womb. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020